Ich versteh's nicht. Ja. Jetzt kann man sich mal hinten ein Item holen und dann... Schade. Der sah gar nicht schlecht aus. Wer ist PF Drake? Also ich glaube, jetzt sind mittlerweile schon so... 3-4 Leute von Hering drin. Ich glaube, Ivy war auch jemand, der ein... Hering in der Liste hatte und Jigsaw ist ein Hacker. Äh... Den hat Hering hoffentlich nicht auf seiner Liste. Oh, man. Mensch, Drake, Drax. Drax. So, jetzt bin ich wieder hinter ihm. Das heißt, ich kann wieder eigentlich nur auf den blauen Panzer hoffen. Und jetzt kommt Hering. Hering! Ah, die Banane war ja wohl gar nichts. Oh. Der Blitz kam jetzt irgendwie unerwartet. Erstmal... Ja, genau, das wollte ich. Ah, das war blöd. Das war noch blöder. Mensch. Aber ich glaube, der Dritte sollte drin sein. Stöbernita. Na ja. Okay. Das erste Mal hinterherigen. Äh, was soll's. Aber der Hacker ist nicht weit da vorne. Oder ist es tatsächlich kein Hacker? Oder ist er rausgeflogen? Ich glaube, er ist rausgeflogen. Yes! Endlich ein faires Rennen. Ähm... Die Punkte, die ich momentan hab, beim Online-Modus, sind, äh, man mag es kaum glauben, nicht ausschließlich mit Quack-Quack gefahren, sondern eigentlich hatte ich mal, ja, irgendwann mal 1999 mit Bowserbike. Und dann bin ich mit Bowserbike ebenfalls mal wieder ein paar WWs gegangen, wie man das so macht. Und ist dann immer so zwischen 9600 und 9900 meistens so. Bleibt da irgendwie so hängen. Und dann hab ich halt mal mit den Quacker-WWs angefangen. Mal so just for fun, nicht als Let's Play oder so. Und dann auch stetig Punkte verloren, sag ich mal. Das liegt aber auch nicht daran, dass man unbedingt so viel schlechter ist, sondern dass, äh, man... Ja, ich weiß nicht. In der Zeit hab ich viele DCs bekommen. Daran lag das wahrscheinlich. Weil wenn man, äh, ein Disconnect bekommt, dann wird man ja immer bei sich als Letzter gewertet. Und wenn man in einem 12er-Raum mit lauter 5000er-Leuten als 9000er als Letzter gewertet wird, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viele Minuspunkte man da bekommt. Hey, Jigsaw ist schon wieder drin. Oder? Sieht der nur so aus. Ah, Jigsaw ist toll, ey. Ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Hacker sind immer klasse. Naja. Also manche Hacker sind okay. Ich weiß nicht. Hacker, die nicht mal den Spielverlauf beeinflussen, sind irgendwie sinnlos. Ja. Das musste ich probieren. Ähm... Ja, mit Quack-Quack ist es so, entweder man probiert sich direkt am Anfang auf 1 zu pushen irgendwie. Oder man probiert, wenn man denn mal schon hinten ist oder so, sich... Ach, Mann. Sich ein Item aufzuheben, womit man denn... tatsächlich den Blitz dotschen kann. Und damit dann auch nach vorne ziehen kann später. Also... Diese beiden Möglichkeiten hat man mit Quacker eigentlich nur. Ja. Nicht wenn man eine Wolke zieht, dann hat man weniger Möglichkeiten. Die muss ich jetzt an irgendjemanden abgeben. Ähm... Hering, 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 Hering. Ja, dankeschön. Ja. Puh. Glück gehabt. Dann hat er schön neben in die Büsche gefahren, um Tarnung zu bekommen. Ähm... Ui. Ui, da liegt aber einiges. Schock, 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 Schock. Ja, das wäre jetzt natürlich ideal, wenn man in der Röhre natürlich groß geschockt werden würde. Äh... Muss ich... Ich muss sagen, dass mir das mit Quacker... Na, jetzt hab ich ne Wolke. Die muss hier... Die muss hier stehen bleiben. Es geht nicht anders. Nochmal Hering. Ach, das ging nicht. Uh... Was ist das? Naja. Wir gucken mal einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich sehe, es joinen mehr und mehr Leute aus Hering-Race-Liste. Und das stimmt mich doch etwas positiv. Muss ich zugeben. Nein! Oh, da ging nichts. Also... Tut mir leid, da war nichts zu machen. So, jetzt kann ich wirklich nur noch hoffen, jetzt groß geblitzt zu werden. Ansonsten sind die vorderen Plätze für mich tabu. Blitz, 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 Blitz. Ja! Jawoll! Also, äh... Das war nicht abgesprochen oder so. Im Vorfeld. Ich werde jetzt natürlich noch mit dem Goldpilz durchziehen. Und Hering-Way hat eine Wolke. Die wird er mir nicht geben. Die wird er mir nicht geben, habe ich gesagt. Nein, nicht. Nein. Gut. Das war dumm. Das war okay. Ja, Dritter würde mich schon... Ja, Dritter reicht mir. Ach, Maddy. Mensch, Mensch, Mensch. War das jetzt nötig, mich noch kurz vom Ziel zu überholen? Ja, ich konnte nur probieren, so ein bisschen auszulenken, damit Maddy in mich hinten reinfährt. Durchziehen hätte es nicht gebracht und stehen bleiben, um den Red Shell hinterher zu schießen, hätte es genauso wenig gebracht. Das war im Prinzip meine einzige Möglichkeit. Glaube ich zumindest. Aber wie gesagt, mit Quacker hat man unglaubliches Lack-NWWs, was man natürlich aufgrund des Fahrzeugs dann auch nicht so gut nutzen kann. Aber es ist okay. Also, ich will mich nicht beschweren. Äh, Lack ist Lack. Und das ist okay. So, ich sehe, wir sind schon jetzt schon 20 Minuten in diesem, ähm, ja, in diesem WW, beziehungsweise in diesem Video. In dem WW sind wir wahrscheinlich erst 17 oder so, weil ich ja am Anfang irgendwie nicht, äh, ja, den Raum auseinandergebracht hab. Oder so. Ja. Ähm, Bergland war dann vielleicht doch nicht die optimale Wahl. Probieren wir es mal mit einer anderen Strecke. Dicker Schikane. Da bin ich mal gespannt. Dicker Schikane ist eine recht tolle Strecke. Den Shortcut kann man mit einem Pilz mit Quack-Quack gut, ähm, verwerten. Und, ja. Ansonsten. Ja, äh, Sel hat mir gerade in Skype geschrieben, dass er jetzt onkommen wird. Er wollte mir joinen. Ähm, jetzt unabhängig vom Let's Play. Er hat mich einfach so gefragt, ob ich mit dem fahren will. Da hab ich ihm gesagt, dass er in einem, äh, dass ich in einem World Wide bin. Und er wird jetzt wahrscheinlich onkommen und mir joinen. Es wär natürlich klasse, dann noch jemanden von WK hier drin zu haben. Jo. Und es ist genauso klasse, wenn man am Start mit Quack-Quack schon auf 1 ist. Ja. Was einem's nur gar nicht bringt, weil man sowieso gleich eingeholt wird. Wie ihr seht, ja, genau, Drex. Hättest du nicht den Roten, äh, den, den... Ja, den Roten wenigstens noch in ihr behalten können. Das wär nur wenigstens nochmal sozial gewesen. Warum er Drex ist? Ist Drex nicht eine Figur aus James Bond? Oh, Mann, ey. Also, dieser Kugel, die war definitiv... Hey, ich bin das erste Mal letzter in diesem WW, glaub ich. Und jetzt nutzen wir die Chance und holen uns gleich mal den Blitz. Na, schade. Das hättet ihr auch mal klappen können. Und Maddy ist letzter. So. Jetzt lassen wir Maddy mal Maddy sein und... Fahren mit diesem wunderbaren Bullet Bill... Was war das? Fahren mit diesem wunderbaren Bullet Bill einfach mal bis zum SC und ziehen dann mit dem, äh, mit dem Bullet Bill durch den SC. Ja, wer hätte das vermutet, dass sowas geht? Muss einfach nur reinfahren und aktivieren, sonst hätte mich die Bombe getroffen. Ja. Äh, in dem Sinne, okay. Ich hätte jetzt natürlich noch gerne einen Pilz nachgezogen, aber... Da ist der Blitz. Ja, es war mir schon teilweise klar, dass Maddy den ziehen würde, vor allem, wenn man den Bullet auf einem Platz vor ihm hält. Er zieht jetzt auch durch. Und... Ja, Hering mit dem SC geblitzt worden. Das wird sicherlich nochmal lustig. Juhu, hier würden jemanden... Ja, das war schlecht. Naja. Und Hering. Hast du mich jetzt mit dem Red abgeknallt? Hering, das finde ich jetzt aber nicht sozial. Ja, und Maddy, genau, so macht man's. Zuerst mit dem Blue Shell on. Ähm... Aber ich muss sagen, Drax ist ziemlich oft vorne. Ich weiß nicht, wer das ist. Ui. Ja. Danke, Ivy. Der war gut. Der wird mir und Hering sicher noch weiterhelfen. Naja. Außer es kommt ein Blitz, wollte ich gerade sagen. Naja. Äh, auf wen schießen wir den jetzt? Auf Drax, genau. Wunderbar. So war das gedacht. Leider zieht jetzt Drax den SC, glaube ich. Und Maddy auch. Und ich hab nen Pilz gezogen. Das ist gut. Und jetzt kommt noch ein blauer Panzer. Das wird... Äh, Maddy hat leider auch nen Pilz. Schade, wenn Maddy keinen Pilz gehabt hätte. Naja. Egal. Zweiter ist gut. Dein Hering kommt... Ui. Da hab ich nochmal gekappt. Aber Zweiter ist okay. Ich glaube, in diesem BW hab ich durchschnittlich eher Plus gemacht als Minus. Und das ist als... Hering. Musst du dich vorlegen. Mensch, Mensch, Mensch. Das sind die Nachteile, wenn man einen besseren Start hat als die Gegner. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass man am Ende... Äh, eine schlechtere Platzierung hat, als man normalerweise hat. Ähm, weil seine Endzeit dann natürlich auch schlechter ist, als man denkt. Logischerweise. Bisschen schwierig zu erklären, aber ich glaub, das interessiert sowieso keinen. Kabraxis ist jetzt auch noch gejoint, Mensch. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4... Ja. 4, die Heringway wahrscheinlich gejoint sind. Und damit kann man noch leben. Und ich rechne noch mit etwas mehr. Ähm, das wäre natürlich jetzt das Nonplusultra, wenn wir irgendwann so einen... Äh, Raum hätten mit 10 Leuten, die alle gut fahren könnten. Weil dann kann man mit Quack-Quack auch... Taktisch was erreichen. Weil dann zum Beispiel Blitze so eingesetzt werden, dass man sich ungefähr denken kann, wann sie kommen. Ungefähr. Ähm, wenn man mit solchen Randoms fährt, die zünden die Blitze gerne mal an... Ich sag mal, äh, ungewöhnlichen Stellen. Ich will jetzt nicht sagen, sofort, wenn sie sie ziehen, aber... Das kommt der Sache schon deutlich näher. Ja. Ui, Fabian hätte mir beinahe das Item weggenommen. Mensch, Fabian. Und ich glaub, ich hab Fabian gegen die Wand gerammt. Und das mit einem... Mit einer Ente. Gegen eine Riesenpiranha. Und ich nehm Medi die Wolke ab. Das war schlecht. Dafür kriegt Medi aber noch ein Redshell ab. Und noch ein Pau. Und jetzt krieg ich noch ein Redshell ab. Ja, hab ich Medi nicht eigentlich noch gepaut? Naja. Hat wohl nicht geklappt. Ja, das sind drei Leute oder so runtergefallen. Äh. Ja. Was macht man jetzt am besten mit... Drei Pilzen? Das ist ne gute Frage. Ich hab keine Ahnung. Aber ihr merkt, irgendwie kommen viele Blue Shells. Das ist recht positiv. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass ich... Schade. Im Prinzip wollte ich ihn als Schutzschild verwenden. Das ist ganz lustig, wenn's klappt. Und das war eigentlich auch meine einzige Möglichkeit. Also. Und ich krieg ständig von irgendwelchen Leuten Rote reingehämmert. Das ist unglaublich. Und irgendwie hat er einen Stern verloren. Und da sitzt noch jemand ein Bullet ein. Naja. Ich sag mal so, die ersten beiden sind durch. Äh. Für mich sieht's schwierig aus, gerade. Ja. Naja. Naja, das war irgendwie sinnlos. Ich versuche mir jetzt hier noch ein Item zu holen, denn... Sonst komm ich schlecht nach vorne. Denke ich. Ja, also wie gesagt. Die ersten beiden sind durch. Mein Ziel wäre es jetzt praktisch so Dritter zu werden. Oder eher Vierter, weil der Dritte ist eigentlich auch schon durch. Ja. Eigentlich schon. Behaupte ich mal so salopp. Die sollte man sich nicht abgeben lassen. Da zünde ich gerne mal einen Pilz. Eher als ich ihn mir vorgestellt hatte. Und jetzt die Frage natürlich, was man jetzt mit diesem... Naja. Ich werde nochmal SC ziehen. Aber ich... No. Was war das denn? Das war ganz schlecht. Ganz böse. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich jetzt nicht nochmal... Ui. Der Rote hätte mich jetzt aber genatzt. Glück gehabt. Ähm. Vierter. Mein Zweitziel in diesem Rennen. Okay. Es ist jetzt nicht so toll. Aber es liegt auch daran, dass es fällt, wenn nicht so viele gute Spieler drin sind, meistens etwas weiter auseinander ist. Und dann hat man mit Quack-Quack auch weniger Chancen. Wenn das Feld eng zusammen ist, kann man mit Quack-Quack teilweise richtig geile Sachen abziehen. Und ich glaube, ich mache mein Video jetzt mal kurz aus und melde mich gleich. Und ich habe eben zu dir, wenn ich so gleich wiederke�ung. Tohe schluss, dann NPier wir und ich bezugehen.